Und jetzt viel Spaß mit dem Neuesten von den Lilien, präsentiert von Kronbacher. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zum ersten Teil der Pressekonferenz nach dem Spiel Darmstadt gegen den Klub aus Nürnberg. Ich begrüße recht herzlich Nürnbergs Cheftrainer Robert Klaus und bitte ihn gleich direkt nach diesem wilden Spiel um seine Analyse. Ja, hallo von meiner Seite. Wir sind natürlich sehr glücklich über den Sieg. Auch natürlich, wenn das Zustandekommen im Endeffekt glücklich ist. In den letzten Wochen haben wir viele Situationen gehabt, die gegen uns gelaufen sind. Jetzt hatten wir heute mal Situationen, die für uns gelaufen sind, wenn auch nicht alle. Aber zumindest so ausreichend, dass es für einen Sieg gereicht hat. Wir wussten, dass es schwer wird in Darmstadt zu bestehen, weil es eine Mannschaft mit sehr viel Qualität ist. Mit einem klaren Plan mit Ball, mit sehr viel Tempo auf dem Platz, auch mit guten Fußballern. Unsere Idee war dagegen, sehr intensiv das Spiel zu bestreiten, ein wildes Spiel daraus zu machen. Dass wir einfach über Intensität, über Sprints, über Läufe in die Tiefe dann unser Spiel eher darauf ausrichten und dieses Spiel in die Richtung ziehen. Das ist uns über weite Strecken gelungen. Da haben wir in Kauf genommen, dass wir auch ab und zu mal einen Konter gegen uns kassieren und offene Räume haben. Das haben wir meistens gut verteidigt, mussten uns ein, zweimal auch von Chris Martenier verlassen, der uns da im Spiel gehalten hat. Trotzdem war es wichtig, wie wir aufgetreten sind, finde ich, dass die Mannschaft einen sehr großen Charakter gezeigt hat, sehr viel Emotion in dieses Spiel reingelegt hat. Wir machen dann das Tor, was auch in der Phase fällt, wo ich finde, dass wir da gut im Spiel waren, wo es sehr ausgeglichen war, wo wir unsere Situation hatten. Wir kassieren dann diesen Ausgleich, ist wahrscheinlich kein Elfmeter, wenn man sich die Szenen nochmal alle anschaut. Es ist kein Handspiel, es ist ein bisschen schade, dass der Olli jetzt mit einer roten Karte wahrscheinlich ausfällt, weil es kein Handspiel ist. Ohne es jetzt abschließend bewerten zu können, nur die Bilder, die ich gesehen habe, deuten darauf hin, dass es kein Handspiel ist. Und dann wären wir beschenkt noch am Ende, konnten es gar nicht richtig glauben, wollten den Punkt am Ende mitnehmen und unterzahlen und wurden dann beschenkt. Da sind wir natürlich glücklich, das nehmen wir mit. Wie gesagt, in den letzten Wochen waren wir auf der Baum, heute waren wir mal der Hund. Und das akzeptieren wir und freuen uns darüber. Ja, Robert, vielen Dank. Dann kommen wir zu den Fragen der Journalisten aus Nürnberg. Wir fangen an mit Martin Funk von der BILD. Um wie viele Jahre sind Sie heute gealtert? Boah, vielleicht schon ein bisschen. Das ist halt der Klub. Der Klub kann Drama gut und immer wenn Drama ist, ist auch der Schleuse dabei. Anscheinend, auch so heute wieder. Für mich war es das erste Mal, dass ich es live erleben konnte. Wir haben natürlich schon Spiele gehabt in der Saison, wo es auch in der letzten Minute, ich erinnere nur an das Hinspiel, wo wir in der letzten Minute den Gegentreffer kassieren. Heute hat sich das ausgeglichen. Oder an Braunschweig. Also da lief es gegen uns, jetzt lief es mal für uns. Ich bin einfach nur sehr glücklich und vor allen Dingen bin ich sehr froh für die Mannschaft, wenn ich gesehen habe, welche Emotionen nach dem 2-1-Tag ausgebrochen sind aus einigen Spielern. Da sieht man, wie sehr sie auch für diesen Verein leben und wie sehr sie sich in diese Mannschaft einbringen. Und da bin ich sehr glücklich und sehr froh und da nehme ich auch in Kauf, dass ich vielleicht ein Lebensjahr heute dafür investiert habe. Dann die Frage ebenfalls von Martin Funk, was du zum Elfmeter sagst. Das hast du eigentlich schon im Eingangsstatement abgearbeitet. Konntest du Olli Sorg schon beruhigen? War ganz lustig. Der Olli ist ja dann weg und musste hinter die Bande. Und als das Tor für uns fiel, kam er dann zurückgerannt wieder. Und damit war er glücklich. Er hat sich immer noch nicht beruhigt, weil er einfach sagt, es ist kein Handspieler, er fühlt sich ungerecht behandelt. Verstehe ich ihn komplett. Mir würde es nicht anders gehen. Auch ich fühlte mich als Trainer ungerecht behandelt in der Situation. Und der Olli ist ein emotionaler Mensch. Ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht nach seiner Einwechslung. Das ist natürlich nicht einfach, wenn man so lange raus war, wenn man dann in der 30. völlig aus der Kalten rein muss. Aber der Olli ist erfahren und alt genug, um zu wissen, wie man sich dann auch taktisch in den Situationen verhält. Und ich hoffe, dass die Sperre nicht zu lang ist, dass man sich das auch nochmal anschaut und darüber nochmal spricht. Weil wenn der Walle jetzt verletzt ist und der Olli gesperrt ist, haben wir natürlich da wieder die nächste Baustelle. Die letzten beiden Fragen von Martin Funk. Ein Wort zu Nikolai Dove dann heute. Und kann Schleusener nur die ganz wichtigen Tore? Erbsen Dove erhitzt ja immer die Gemüter. Das habe ich jetzt auch gemerkt an den Berichten und Fragen. Mal spielt er zu wenig, dann spielt er jetzt zu viel. Heute hat er, glaube ich, genau richtig gespielt. Bereitet das Tor vor mit dem guten Einlaufverhalten und ist da gut am ersten Pfosten. Er war sehr fleißig unterwegs. Das war nicht einfach für beide Stürmer heute, also sowohl Dove als auch Denno. Sie mussten viel anlaufen, sie mussten hoch anlaufen, sie mussten mit Ball immer wieder in die Tiefe gehen, mussten in Duelle gegen robuste Innenverteidiger, gegen Mayen, gegen Palzern. Macht das nicht so viel Spaß. Und das ist auch nicht deren Spiel, aber das hat der Dove sehr gut gemacht. Der Dove ist in den letzten Wochen fleißig. Das gefällt mir gut, er trainiert auch gut. Und auch bei ihm hoffe ich, dass natürlich der Knotenplatz, dass er sich mal mit einem Tor belohnt. Heute war er entscheidend beteiligt. Ohne seinen Laufweg, ohne seinen Ballkontakt wäre der Ball sicherlich nicht zu Schleuse gekommen. Deshalb bin ich da sehr froh darüber, dass der Dove da entscheidend dazu beigetragen hat. Und Schleuse bin ich extrem froh. Dem sind tausend Steine vom Herzen gefallen, dass er uns so helfen konnte. Und ich habe schon mal gesagt, der Schleuse ist ein sehr lieber Mensch, ein sehr angenehmer Mensch, der extrem viel Anerkennung innerhalb der Mannschaft hat. Und ich glaube, die Mannschaft hat sich unfassbar für Schleuse gefreut. Das hat man jetzt auch in der Kabine gesehen, dass ihm das Tor gelungen ist. Und beim zweiten war er ja auch nicht unbeteiligt, weil er zumindest etwas unter Druck gesetzt hat, um das Eigentor zu provozieren, um es mal wohlwollend zu formulieren. Sehr gut. Kommen wir zu Uli Diekmeier von der Nürnberger Zeitung. Kann dieser letztendlich kuriose Sieg der erhoffte Befreiungsschlag gewesen sein? Das wird sich zeigen. Es war auf alle Fälle das Tor, was den Trend gestoppt hat. Dieses Tor haben wir unbedingt gewollt. Darauf haben wir auch hingearbeitet. Das haben wir auch gesagt. Wir haben letzte Woche in Sandhausen der zweiten Halbzeit schon einen klaren Schritt in die richtige Richtung gemacht. Hatten dort Chancen, haben sie nicht gemacht. Heute haben wir das zweite Tor geschenkt bekommen, aus dem Nichts gemacht. Und deshalb kann es sicherlich auch dieser Moment sein, der uns hilft. Aber das werden wir erst in zwei, drei, vier Wochen beantworten können, wenn wir die nächsten Spiele absolviert haben. Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und mit uns selber sehr zufrieden sein und sagen, jetzt haben wir es gestoppt und jetzt geht es in die andere Richtung. Genauso wie man auch nach und nach in eine schlechte Phase reinkommt, so wie es uns passiert ist, erst gute Leistungen nicht gepunktet, dann die Leistungen immer schlechter geworden sind, kommt man auch nach und nach wieder aus so einer Phase raus. Letzte Woche, zweite Halbzeit, war ein Schritt in die Richtung. Heute, wie die Einstellung in dem Spiel war, war ein Schritt in die richtige Richtung. Dass das Siegtor glücklich für uns fällt, war auch ein Schritt in die richtige Richtung, weil man muss sich das Glück auch erarbeiten. Aber was das wert ist, wird die nächste Woche zeigen. Da haben wir wieder ein sehr wichtiges Spiel gegen St. Pauli vor der Brust, die im Moment einen extrem guten Lauf haben. Denen viel gelingt und dann wird sich zeigen, wie viel der Sieg heute wert war. Wir werden jetzt nicht komplett in Euphorie verfallen und genauso sind wir auch nicht in komplette Depressionen verfallen nach den Spielen, die wir nicht gewonnen haben. Wir bleiben fleißig, wir bleiben klar, wir bleiben inhaltlich und natürlich trotzdem auch emotional. Heute waren wir positiv emotional und wollen das natürlich auch mitnehmen. Die nächste Frage ebenfalls von Uli Diekmeyer. Martenia schien das Vertrauen heute wieder zu rechtfertigen, patzte dann aber doch noch fast entscheidend. Wie beurteilen Sie seine Leistung? Genau so. Er hat uns komplett im Spiel gehalten, hat viele gute Entscheidungen getroffen in Eins-gegen-eins-Situationen, in Blocksituationen. Wann muss er rauslaufen, wann muss er die Tiefe verteidigen? Wie verhält er sich bei Eingaben von der Seite? Das war kein einfaches Spiel für ein Tor heute. Ich finde, er war sehr stabil, er hat es richtig gut gemacht und ich finde es schade, dass er dann halt diesen Ball nicht festhalten konnte. Muss er wahrscheinlich Fausten, statt festzuhalten, weil der Ball zu weit vom Körper weg war. Aber das ist eine technische Frage, die bin ich überfragt. Das muss dann der Dennis und der Torwarttrainer mit ihm besprechen. Ich glaube trotzdem, dass der Chris wie alle anderen innerhalb der Mannschaft genau diese Emotionen auch verkörpert, die uns auszeichnen. Er hat sich in alles reingeworfen, will unbedingt helfen, trifft aber ab und zu die falsche Entscheidung. Wir haben heute auch ganz viele falsche Entscheidungen getroffen auf dem Platz, sowohl mit Ball als auch gegen den Ball, was taktisch betrifft. Wir haben aber ein extrem großes Herz heute gehabt und genauso habe ich das auch beim Chris gesehen. Eine Frage zu Enrico Valentini, was er hat nach seiner Auswechslung? Ja, so wie er es sagt, ist der Muskel zugegangen, er hat jetzt kein Stechen gespürt oder so und war auch keine einzelne Aktion, sondern er ist nach und nach zugegangen, hat dann auch signalisiert, dass er ausgewechselt werden muss. Werden wir jetzt untersuchen und werden dann schauen, wie schwer es ist. Und die letzte Frage, wie beurteilen Sie das Startelfdebüt von Borkowski? Ja, der Denner hat am Anfang ein bisschen gebraucht, hat man gesehen, sich an die Körperlichkeit zu gewöhnen. Ich habe es ja schon gesagt, Pahlsson und Mai sind natürlich extrem robuste Spieler in dieser Liga und hat ein bisschen gebraucht. Hatte trotzdem gute Bewegungen, hat sich gut freigelaufen und ist dann nach und nach immer mehr ins Spiel reingekommen. Er konnte dann auch sein Tempo ausspülen in den Umschaltsituationen. Das, was wir uns von ihm erhofft haben, das bringt er uns. Das ist ein spielstarker Stürmer, der variabel agieren kann, der mit einer Doppelspitze agieren kann, der alleinige Spitze oder dahinter. Das war heute der Fall als Doppelspitze, deswegen war es okay. Aber auch er ist sicherlich noch nicht am Ende, das ist normal. Erst vor kurzem ist der Denno 19 geworden, ist noch jugendspielberechtigt. Der Spieler wird jetzt nicht sein, der heute in Darmstadt drei Tore schießt, aber er hat seinen Job erfüllt. Und er hat wichtige Minuten für sich selber gesammelt, um anzukommen in dieser Liga. Dann sage ich vielen Dank, Robert Klaus. Dann beenden wir den ersten Teil der Pressekonferenz und übergeben dann gleich an Jan Bergholz und an Markus Anfang. Vielen Dank, tschüss. Danke, ciao. Teil zwei der Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Markus Anfang. Markus, wie fällt dein Statement nach der Heimnäherlage gegen den 1. FC Nürnberg aus? Ja, muss ehrlich sein, muss erst mal durchatmen. Also auch in den letzten Spielen selten solche Spielverläufe gesehen. Ob ich jetzt als Trainer bin oder nicht Trainer bin, das hat damit nichts zu tun, aber einfach selten so gesehen. Ja, ich glaube, dass wir gut in der Partie waren. Wir hatten ganz viele Aktionen nach vorne. Wir haben in der ersten Halbzeit dann über Honsi, der auf Selda spielt, der eigentlich nur den Ball mit nach vorne mitnehmen muss zum Torabschluss und kappt dann ab. Wäre eine richtig gute Möglichkeit gewesen. Wir haben einen Schuss von Schneller aus dem 16er, ein bisschen zu weit auf rechts. Wir haben eine 1 gegen 1 Situation von Krille. Wir hatten noch zwei, drei Möglichkeiten, vorne reinzukommen, haben einen Kopfball zugelassen. Ich glaube, wir waren gut in der Partie. Wir müssen uns vorwerfen, dass wir kein Tor geschossen haben. Das müssen wir uns vorwerfen, weil ich glaube, in der ersten Halbzeit müssen wir auch in Führung gehen. Zweite Halbzeit dann, das war halt klar, dass Nürnberg permanent versucht wird, die Bälle vorne reinzuspielen und nachzugehen, um uns hohen Druck zu geben. Habe ich ja auch im Vorfeld gesagt, dass das der Fall sein wird. Deswegen brauchten wir die Bälle über die Kette, so wie in der ersten Halbzeit auch. Zweite Halbzeit haben wir das dann auch gemacht, sind dann auch permanent wieder hinter die Kette gekommen vom Gegner. Und gehen dann auch immer wieder mal auf den Torwart zu, beziehungsweise von außen durch und spielen die Bälle rein. Und dann kriegen wir aus einer Umschaltsituation, wo wir ganz schlecht in der Restverteidigung stehen, was wir diese Woche auch permanent angesprochen haben und auch vor dem Spiel nochmal angesprochen haben, kriegen wir eine Konteraktion. Daraus kriegen wir das Gegentor, das Erste. Und dann haben wir umgestellt, dann haben wir mit Bällen vorne rein agiert und kriegen dann den Elfmeter, machen das Tor. Wollten dann nicht mehr umstellen, haben gesagt, nee, wir bleiben so, wir wollen auf jeden Fall auf Sieg spielen. Dazu sind wir aber nicht mehr gekommen, weil der Spielverlauf ist ja, glaube ich, dann bekannt. Danke dir für deine ersten Worte. Kommen wir zu den Fragen. Stefan Köhlein von Kicker und Nierenblock fragt, was sagt man, der Mann war nach so einem Spiel. Sie haben vor dem Spiel gesagt, Sie wollen kein Mitleid, auch nicht nach diesem Spiel. Ja, wir wollen auch kein Mitleid, weil, das hat sich heute, glaube ich, eindrucksvoll wieder gezeigt, wir sind selber dafür verantwortlich und wir müssen uns auch daran messen lassen, was wir aus unseren Torchancen machen. Jeder Spieler im vorderen Bereich hat immer wieder die Möglichkeit, sich in Szene zu setzen, hat die Möglichkeit, auch Scorerpunkte zu machen, hat die Möglichkeit, Tore zu machen, Tore vorzubereiten. Wir bringen die Spieler immer in gute Spielsituationen rein. Am Ende des Tages ist es dann genauso vorne der Fehler, wenn wir das Tor nicht machen, wie hinten auch, wenn wir hinten den Ball nicht verteidigen. Also, ich glaube, dass wir uns da an die eigene Nase packen müssen und ich glaube, Mitleid brauchen wir mal gar nicht nach dem heutigen Tag, weil, das hat man, glaube ich, gesehen, dass wir uns das selber zuzuschreiben haben. Daran anknüpfend auch die Frage, punkto Offensivkonsequenz von Michael Max, der Radio FFH, er fragt, warum ist das Team im letzten Rittel nicht konsequent genug? Chancen waren ja da, hat auch er gesehen. Ja, das ist genau das. Es ist ja nicht das erste Mal in dieser Saison, dass wir die Spieler in die Position reinbringen. Und wir trainieren ja auch permanent solche Situationen. Aber wir sind am Ende davon abhängig, dass, wenn der Spieler in so eine Situation reinkommt, dass er es dann auch umsetzt. Und wir sind heute oft reingekommen in diese Situation, aber wir haben halt viel zu wenig daraus gemacht. Ich glaube, wir hätten nochmal zwei, drei Großchancen mehr vorbereiten können oder auch verwerten können. Wenn ich in der zweiten Halbzeit an Schnelle denke, der mit seinem starken linken Fuß elf Meter alleine vorm Tor steht oder Serdar, der den Ball nur querlegen muss auf Tim, der dann das leere Tor reinschießt. Ich glaube, wir waren in guten Situationen und machen einfach zu wenig daraus. Und wenn das dann häufiger vorkommt, und das ist schon die Saison häufiger vorgekommen, dann musst du dir natürlich auch die Kritik gefallen lassen, dass du nicht diese Scorer-Punkte machst und dass du halt dann vorne nicht effektiv genug bist. Und wir können nicht mehr als durchwechseln, das machen wir auch. Wir geben jedem Spieler die Möglichkeit. Am Ende müssen wir es dann auch umsetzen. Du hast gerade schon erwähnt, dass du so eine Woche wahrscheinlich selten erlebt hast. Auch da nochmal Michael, Max, wie kann man denn die Mannschaft nach diesen letzten drei Spielen denn aufbauen? Ja, aufbauen. Wir haben die Spiele selber nicht schlecht gespielt. Das kann man jetzt nicht sagen, aber wir haben ja auch gesagt, wir wollen eine bessere Rückrunde spielen als Hinrunde. Und ich glaube, aufbauen. Ich glaube, jeder Spieler muss sich selbst auch mal ein bisschen ins Gericht gehen. Ob das so der Anspruch von jedem Einzelnen ist, weil ich glaube schon, dass wir da viel, viel mehr aus den Spielen rausziehen können. Und da müssen wir auch selbstkritisch genug sein und müssen halt auch gucken, wie wir in der Zukunft damit umgehen. Jetzt erstmal brauchen die Jungs natürlich auch ein bisschen Abstand und müssen mal den Kopf frei bekommen, weil eins kann man meiner Mannschaft nicht vorwerfen. Sie haben alles investiert. Sie haben Gas gegeben von der ersten bis zur letzten Sekunde, haben sich in jeden Zweikampf reingehauen. Und der Wille war auf jeden Fall da. Nur, wenn es in entscheidende Situationen reingeht, dann haben wir die natürlich nicht so ausgespielt, wie wir das können. Und deswegen gehen wir den Jungs jetzt erstmal frei, dass sie mal den Kopf frei bekommen. Und dann werden wir uns auch wieder zusammenfinden. Und dann werden wir auch mit den Themen, die wir jetzt auch schon im Kreis angesprochen haben, nämlich, dass vorne, wenn keine Tore gemacht werden, genau derselbe Fehler ist wie hinten. Wenn wir Tore bekommen, dann werden wir mit den Themen starten und uns auf das nächste Spiel vorbereiten. Kommen wir dann zu zwei mitentscheidenden Szenen im Spiel. Stefan Kühnern will wissen, wie du den Handelfmeter gesehen hast. Und von Inge Gorkab-Halmat von der Bild-Zeitung kommt die Frage, was beim Eigentor schiefgelaufen ist. Den Handelfmeter habe ich kaum gesehen aus meiner Position, kann ich schwer was zu sagen. Die Szene, wo Aaron hochgegangen ist beim Torwart, die habe ich allerdings auch gesehen, habe ich auch ein bisschen anders gedeutet. Aber den Handelfmeter kann ich schwer was zu sagen, habe ich nicht gesehen. und das Gegentor, was wir bekommen, ja, ist halt, kann eigentlich nicht passieren, aber bei uns kann es passieren. Also es ist eine Kommunikationssache zwischen zwei Spielern. Es ist ein Abschlag vom Torwart, der nicht mehr berührt wird, da wo nichts mehr passiert, wo auch kein Gegenspieler mehr Einfluss hat, wo also einfach gar nichts mehr passieren kann. Und dann geht es halt einfach um eine Kommunikationssache. Und die war halt nicht da. Oder war halt zu schlecht. Und das ist halt auch, was uns begleitet, eine Kommunikationssache, dass man untereinander auf dem Platz vermehrt kommuniziert miteinander, dass man sich verbal unterstützt, dass man füreinander da ist, dass man auch mal Alarm auf dem Platz hat. Dann wäre vielleicht vieles auch schon im Vorhinein leichter, weil ich glaube, so eine gewisse Lautstärke, die sollten wir schon auf dem Platz haben. Und die haben wir dann in dem Moment auch vermissen lassen. Viktor Pahlsson stand in der Innenverteidigung. Jens Wernermacher vom Darmstadt Echo möchte dafür die Beweggründe wissen. Ja, und zwar war es so, dass wir wussten, dass die Nürnberger uns natürlich wahrscheinlich hoch anpressen. Und wenn wir dann ins Angriffspressing gehen werden, das heißt, wir werden viele lange Bälle aus unserer Spieleröffnung spielen. Das heißt, wir werden gar nicht so viel in den kontrollierten Spielaufbau reinkommen. Und wenn wir ins Angriffspressing gehen, dann werden sie vermehrt lange Bälle spielen. Und Viktor ist natürlich ein dementsprechend guter Kopfballspieler. Und die Umschaltmomente halt, wenn die dann lange Bälle über unsere Kette spielen, weil sie halt viele schnelle Spieler im vorderen Bereich hatten, wollte ich nochmal einen schnelleren Spieler in der Innenverteidigung haben. Und Viktor hat auch gerade in der ersten Halbzeit drei, vier Bälle richtig gut abgelaufen. Und das Tor, was wir bekommen haben, ist ein klares Thema der Restverteidigung. Da sind wir nicht Pressermann. Das hat nichts damit zu tun, dass wir die Tiefe nicht gesichert haben. Da müssen wir einfach hochstehen und am Mann pressen. Ansonsten, glaube ich, hat er das ganz ordentlich gemacht. Aber das war der Beweggrund, warum wir Viktor hinten reingestellt haben, um nochmal mit Tempo zu reagieren auf Kontraktionen vom Gegner. Und die letzte Frage kommt von Jens Wannemacher nochmal. Er fragt, ja, ganz salopp schon mal solch eine verkorkste Saison erlebt. Ja, es sind viele Sachen passiert in der Saison, muss man wirklich sagen. Also wir gehen eigentlich auf den Platz und sagen, was soll noch passieren? Aber ich bin auch kein Freund davon, permanent darüber zu reden, ja, jetzt ist uns das passiert, jetzt ist uns das passiert. Am Ende wollen wir Punkte holen. Und darum geht es halt. Aber es sind sicherlich schon Sachen passiert in der Saison, die du sonst vielleicht mal über Jahre verteilt hast, wo das mal passiert. Heute ist das, oder diese Saison ist es sehr geballt. Und da müssen wir uns gegen auflehnen, da müssen wir halt gegen angehen. Also da bringt auch nichts, wenn wir uns dann, wenn wir dann jammern, weil da viele Sachen sind wir auch, wie man es heute gesehen hat, einfach selber schuld. Dann bedanken wir uns bei den Medienvertretern und bei dir und unseren Gästen natürlich noch. Alles Gute für die restliche Saison. Das war's mit dem Neuesten von den Linien, präsentiert von Kronbacher. Kronbacher. Kronbacher